Okay, deutsche Memes, meine Freunde. Schauen wir doch nochmal hier mal ganz kurz rein. Let's go, der Hase. Deutsche Memes. Fläche. Hab irgendwo am Horizont... Alter, scheiße, alter, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, Leute, das wird legendär. Das ist sehr, sehr alt. Das ist älter, das ist so alt, wie ich angefangen hab damals. Fläche. Hab irgendwo am Horizont hab ich noch so ein Stück Wald gesehen. Dann hab ich da noch so... Aber es war alles so weit weg und ich musste so drin kacken. Ich hab meine Golfbille festgehalten. Ja, ich kenn die Story. Hab meine Beine zusammengekniffen und hab versucht, in dieses Restaurant zu kommen, weil ich dachte, da gibt's bestimmt eine Toilette. Hab's aber nicht mehr geschafft. Alter. Dann lief ich so an so einem... An so einem Golfloch vorbei. Oh nein. Digga, das ist Dummerstag, Digga, das ist Dummerstag. Der gute alte Lochscheißer, der ist es. Hab ich mir gedacht. Als ob. Na gut, ohne Witz. Manuel, ohne Witz. Ich dachte mir, na gut. Was soll ich machen? Alter, nein. Ich wusste, dass... Scheiße, Alter. Ich wusste, dass wir diese Sachen irgendwann aufholen werden. Ich werd auch... Ich werd auch... Ich werd so viele... Also... Statements... Boah, scheiße, Mann. Es kommt alles wieder hoch. Ich hab mich eingelacht. Ich hab mich eingelacht. Nein. Oh nein. Jens? Bei mir kickt das Zeug rein. Ich bin wirklich... Doch, ich bin anfällig. Ja, da ich da... Ja, okay. Oh, Alter. F in den Chat, meine Freunde. F in den Chat für Mr. Wichser. Es tut immer noch weh, Alter, dass der gestorben ist. Wirklich. Glaubt mir, der hab ich mal auf Instagram geschrieben. Ja, das ist Anna Maria. Ja, ja, Abel. Kommt da, ja. Aber schon was länger her. War auch natürlich nur ganz freundlich. Oh, ja. Einfach deine... Setz da hin! Sofort! Setz da hin! So redest du nicht mit meinen Leuten und schau nicht von mir. Hör mir hier genau zu. Wir wissen, was du für eine Scheiße hier baust. Carsten, Alter, mach ruhig, Bro. Wir wissen, dass du uns an der Nase umgeführt hast, dass du uns belohnt hast. Oh, ja! Deliveroo, Lunar Cruder. Dankeschön für euren Support hier. Danke für den Gifted Zapper, die 1000 Bits, Lunar Cruder. Dankeschön. Ich kenn es zu gut. Nur, dass meine Wand nie aus Papier besteht, Bro. Go. Chillig. Jungs, ich trinke heute was ganz Gesundes. All die Leute, die sich immer beschweren, was ich so trinke, ne? Ja, Hose, Immun, Junge. Ja, äh, wer ist stolz? Wer ist stolz? So einen kleinen Check machen. Kannst du über die Schnauze halten? Boah, Digga, wo er ihm einfach den Punch gibt, Digga. Den Punch aus der fucking Hölle, Mann. Und der Tipp fliegt einfach von diesem oberen Gebäude. Er fliegt einfach durch die ganze Scheiße. Carsten, Alter. Scheiß Merk. Carsten, bitte. Was ist denn mit Carsten schon wieder los? Ja, Hype-Chair, meine Freunde. Ausrufezeichen Prime. What the fuck? Das sieht aus, als wenn meine fünfjährige Tochter, die ich nicht hab, mit Schüttelfrost und zwei Promille mit ihren Wachs und Wasserfarben ein bisschen rumgezaubert hat. So sieht es aus, Alter. Auf jeden Fall wieder Florian mit dabei. Joli auch wieder am Start. Ja, Leute. Heute decken wir wieder mal einen Pädophilen auf. Was? Ein bisschen Konkurrenz ausschalten. Oh, scheiße, Alter. Oh, Gott. Welche Gesetze hast du schon gebrochen? Ausfriedensbruch, Bedrohung, Brandstiftung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Ja, kenn ich. Oh, ich hätte auch derbe Bock auf den Krok. Reden. Ja, schade, Michi. Ist Gold. Schweigen ist Gold, Mann. Was, Bruder? Kann ich es mal ausprobieren? Natürlich, probier es. Ist ganz einfach. Fantastisch, wenn das der Rudi und der Josef ist. Äh, Jungs. Fühlen keine Schmerzen? Jungs. Oh, Digger, nein. Nein. Erfrischend. Orange Morge mit geizigen 13,37 Euro. Darfst du Casino spielen und wir hören nur die Sounds und du sagst einfach, was passiert. Eigentlich soll ich dich dafür banen. Die Frage beantwortet ich auch nicht. Für 13,37 Euro. Ich nehme mal die Gebühren übernommen. Weg mit. Kevin. Schade, Mann. Schade, Orange Morge. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man seinem großen Vorbild dann doch nacheifert und das eigene Vorbild einen dann hast. 13,37 Euro. Ja, Montag, Digger. Ich muss auch ganz ehrlich sein, wenn ich Marcel auf WhatsApp schreibe, schickt er mir erst mal sein Paper und sagt, ich antworte dir für 20 Euro. Mit dir. Wer wird da jetzt seinen Schwanz reinstecken? Was? Oh nein, der hat eine PS3 gekauft. Der Arme, Alter. Der Arme. Ich steige aus dem Bett, drehe den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Kevin, deine Line? Ich habe kein Blut, denn ich bin ein Indianer. Ich stecke heute nicht in Thomas, sondern Indianer. Wenn Cindy an dem Abend dann Zeit hat. Wo, 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 wo? Hilfe! Hilfe! Du bist ja gar nicht angeschnallt in dem Video im Auto da. Ähm, doch. Das siehst du noch nicht, weil das ist so ein durchsichtiger Anschnallgurt. Ja, aber ich... Lügen da dann. Ich war angeschnallt. Man sollte sich immer anschnallen. Lügen da dann. Soll ich dir das glauben? Was? Leute, ich komme zum Bankautomaten. Will Geld abheben. Und sehr einfach das hier. Was ist das denn? Ich verspasse die Wahrerseite. Ich muss gesund... Ich will wirklich Gesundheit. Ich will wirklich auf Gesundheit achten. Das zeichnet sich halt aus. Ja! Ich will ruhig werden. Ich will ruhig sein. Ach, Digga. Ach, Digga. Der macht nicht mehr lange. Ich sag's, wie es ist. Ja! Das war's. Ja! Jawohl! Das Schiff reißt aus! Das Haus zeigt sich nicht von alleine. So ist es. Bro. Bro. Lass es doch einfach. Lass es doch einfach, Mann. Dann wäre es eine gute 2. Das wäre dann 2. Nein! Nein! Wenn er so... Nein! Es ist eine 3. Plus. Ich meine... Oh nein! 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 Nein, 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 ich hab keine Lust mehr. Ich hab echt keine Lust. Ich hab keine Lust mehr. Wir haben hier wieder den Gutschein dabei. An der Kasse vom Legoland gibt's für jeden Erwachsenen ein Kind kostenlos dazu. Ja, Olli wird sich am Legoland da sicherlich schon angestellt haben. Ey Siri, kann ich meine Cousine heiraten? Ich bin nicht für die Ehe geschaffen. Ja, ich will doch nicht dich, ich will meine Cousine. Digga, also... Also, das... Also... Patrick. Paluten. Scheiße, Alter, ich hätte niemals gedacht, dass ich Paluten in einer Meme-Compilation sehe. Fuck, Alter, fuck. Ah, alles gut. Ich. Nein, viel. Ja. Ja. Hey Kevin, mit diesem Blog kannst du respawnen. Einfach rechtsklicken. Wegen eines Videos, das nach dem 2 zu 0 gegen die Ukraine in den sozialen Medien kursierte, da würde mich mal interessieren von allen dreien, dieses Video über Jogi Löw, dieses fiese, was da aufgetaucht war, wie ist das in der Mannschaft besprochen worden und wie verärgert ist man darüber, dass so... Lukas! Lukas, ne? ...was überhaupt auftauchen kann. Also in der Mannschaft ist das kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich äh, krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Ja. Ey, Lukas, du sagst's. Du sagst es einfach, Bro. Alter! Alter! Ja, Mann, ein Lander! Mein Gott, das ist ein gutes Argument. Nein, es ist nicht! Du bist einfach... Oh mein Gott, ich bin umgeben mit Idioten einfach. Mit Idioten? Oh, Mann, Alter! Du bist umgeben von Idioten. Ah! Schade, Bro! Schade, 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 schade!